Hallo, hier ist Steven von SupportNet und heute möchte ich euch ein neues Programm von FreeStudio DVD VideoSoft vorstellen. Und zwar ein Programm, mit dem ihr eure Videos ganz einfach schneiden könnt. Dazu geht ihr in die Kategorie DVD und Video und wählt das Programm FreeVideoDub aus. So, jetzt hat er schon ein Video drin, wir wählen aber ein anderes. Dazu gehen wir auf unseren beliebigen Ordner und wählen uns hier eine Datei aus. So, wunderbar. Wir sehen hier die Länge und wir sehen hier die Schnittmarken. Wir scrollen jetzt einfach mal das Video hier her. Wir sehen jetzt, wo wir stehen und sagen, hier setzen wir die erste Schnittmarke. Das zeigt uns jetzt an. Dann scrollen wir weiter und setzen die zweite Schnittmarke. Und jetzt sehen wir einen blauen Bereich und das heißt, hier würde das Video abgespielt werden. Den grauen Bereich davor und den grauen Bereich dahinter schneiden wir somit weg. Mehr ist hier auch nicht mehr zu beachten. Die ganz normalen Play-Symbole, Vor, Zurück, Stop und so weiter. Oder hier einfach nur die Auswahl wieder geben. Das kann jetzt natürlich alles dauern. Umso größer die Videos sind, müsst ihr bedenken, dass euer Rechner etwas länger braucht. Und wie Sie sehen, er gibt uns jetzt nur den Bereich hier wieder. Gut, das war's auch schon. Wir können hier noch in den Optionen sagen, wo er mal die Videos herholen soll, welche Sprache. Aber auch sonst nicht viel mehr. Wenn die Auswahl getroffen ist und alles fertig ist, dann einfach auf Save Video gehen und die Datei wird hier oben in dem Ordner, wo bei Output-Pfeil drinsteht, rausgegeben. Na dann, viel Spaß beim Ausprobieren.